Ich habe mir heute wieder mal Verstärkung eingeladen. Heute ist bei mir zu Gast der Henning Schmidt und wir werfen einen Blick auf Teams für Schulen, Teams Education, das OneNote Kursnotizbuch, warum das vielleicht auch in der Businesswelt Sinn machen würde und welche, vielleicht kriegen wir vier oder fünf Tipps für Schulen zusammen, Henning so mitgebracht hat, um euch den digitalen Unterricht noch ein bisschen schmackhafter und einfacher zu gestalten. Freut euch auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Willkommen Henning, Ersttäter des Podcasts. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du uns angeschrieben hast. Ich habe dich ja nicht mal aktiv eingeladen. Du hast dich eigentlich ja selbst eingeladen. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Ja, hallo Markus. Danke für die schnelle Reaktion auf meine Mail-Anfrage. Ich habe mich erst gar nicht getraut, weil ich höre euch seit anderthalb Jahren auf dem Weg zur Arbeit und dachte, wow, das ist so cool. Und da sind immer Leute, die so viel Ahnung haben. Und das passt ja überhaupt nicht, wenn du denen mal schreibst, ob du was über Education erzählen sollst. Auf der anderen Seite nutzen wir bei uns an der Schule seit knapp vier Jahren Teams sehr intensiv. Und ich zeige das gerne auch anderen Schulen. Und da habe ich gedacht, Mensch, schreib einfach hin, mehr als absagen können sie nicht. Und dass wir jetzt innerhalb von drei Wochen sofort einen Termin hingekriegt haben und das jetzt aufzeichnen. Ich bin auch gerade ein bisschen hibbelig, weil ich jetzt ja auf der anderen Seite sitze. Sonst sitze ich vor dem Radio. Und schauen wir mal. Lela, lass uns loslegen. Ich freue mich. Also ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Wir hatten ja schon mal mehr oder weniger einen Kollegen von dir hier, den Ansgar Jans. Andersrum? Doch. Nee, ich glaube stimmt. Ansgar, sorry für die Verwirrung. Wir haben so viele Gäste. Ich freue mich übrigens, wenn du auch mal wieder kommst. Henning, was hat sich denn bei euch verändert durch digitalen Unterricht? Richtung Kommunikation vielleicht oder auch Richtung Zusammenarbeit? Wir sind ein kleines Berufskolleg in Dortmund. Ich unterrichte dort seit mehr als 15 Jahren und bin bei uns für die IT zuständig und Digitalisierung von Unterricht, zeitgemäßen Unterricht. Und wir haben vor ungefähr vier Jahren eine Software für unsere Schule gesucht, um die internen Prozesse zu verbessern. Und das hat ja so ein bisschen Beigeschmack, wenn eine Schule Prozesse optimiert. Das hört man sonst nur außer Industrie. Aber genau das fehlt halt einer Schule. In einer Schule wird unheimlich viel für nichts rumgelaufen. Es werden Kollegen gesucht, es werden Schüler gesucht, die man dann nicht findet. Und es wird sehr viel Zeit vertrödelt. Da hängen Schulen einfach noch Jahrzehnte der Industrie hinterher. Wir haben uns vor vier Jahren schlau gemacht, auf der Didakta und anderen Veranstaltungen, dann Team kennengelernt, damals noch in der Beta-Phase und haben gesagt, das ist es. Vor allen Dingen erst mal aus dem ersten Grund Kommunikation. Also damals gab es noch kein Corona oder ähnliches. Wir haben ganz normal Präsenzunterricht gehabt. An Online-Unterricht hat noch keiner gedacht. Aber uns war klar, dass wir uns besser strukturieren müssen und organisieren müssen, damit wir mehr Zeit für unsere Schüler haben. Und wir haben Teams eingeführt, erst im Kollegium. Nach vier Wochen haben die Kollegen gesagt, Mensch, jetzt sofort die Schüler dabei. Das funktioniert so gut. Jetzt wollen wir gerne, dass das alle nutzen. Und nehmen wir mal Schwerpunkt Kommunikation. Wir haben zum Beispiel ein Team Intranet. In diesem Team sind alle Lehrer und alle Schüler und Schreibberechtigung hat nur unser Schulleiter. Und gerade jetzt bei den Corona-Entwicklungen, wir kriegen ja meistens Freitag, Spät, Nachmittag Bescheid, was am Montag passieren soll, kann halt unser Schulleiter sehr gut alle Schüler, alle Kollegen über dieses Team erreichen. Und wir können uns sicher sein, dass es wirklich jeder weiß. Vor fünf, sechs Jahren hätten wir einen Aushang an der Ausgangstür gemacht oder wären von Klasse zu Klasse gelaufen. Die Penner rausgeht gerade. Ja, hätten die nach vier Zettel irgendwo an Klassenraumtüren gehangen, dass ja, unsere Schüler das noch mitkriegen, was Montag dann ist. Und jetzt reichen drei Sätze und bei jedem Schüler poppt das Handy auf. Und dann haben wir ein virtuelles Lehrerzimmer. Wir können uns im Moment besser absprechen. Letztes Jahr erster Lockdown. Wie können wir noch prüfen? Wie finden wir Noten? Wie können wir mit Schülern kommunizieren, deren Internet vielleicht nicht so gut ist? Das konnten wir alles intern diskutieren im virtuellen Lehrerzimmer. Und zusätzlich hat jeder Lehrer mit jeder Klasse ein eigenes Team. Ich unterrichte zum Beispiel BWL und EDV und Hotelmanagement. Also habe ich ein Team, Hofer 2004, BWL Schmidt. Da sind meine 23 BWL Schüler drin und meine Personen. Und dort kann ich gezielt den Schülern eine Nachricht zukommen lassen, dass sie für morgen sich noch ein bestimmtes Video anschauen wollen oder ähnliches. Und wenn man mal schaut, wie wir das früher gemacht haben, da wäre ich halt aus meinem Unterricht, ich habe in der anderen Klasse zum Beispiel EDV, hätte mich da entschuldigen müssen, wäre über zwei Flure gerannt, hätte dann den Unterricht in der BWL-Klasse gestört von irgendeinem Kollegen, der da vielleicht gerade Englisch unterrichtet, hätte denen gesagt, bitte denken Sie morgen an das und das, wäre wieder zurückgegangen in meinen Unterricht. Und es wären fünf bis zehn Minuten weg gewesen. Und es wäre auch noch nicht mal sicher gewesen, dass in dem Moment alle Schüler in der BWL-Klasse anwesend wären. Und jetzt reicht es, wenn ich zwei Sätze über Team schreibe, auf Enter drücke und es poppt bei jedem Schüler in der Klasse eine Nachricht auf dem Handy auf oder auf seinem Endgerät und ich kann mich darauf verlassen, dass sie es wissen. Und so eigentlich eine totale Kleinigkeit ist für eine Schule schon eine Revolution. Eine Schule kennt das nicht, dass man einfach Schüler anschreiben kann. Über WhatsApp dürfen wir das nicht und Kontaktdaten von seinen Schülern hat man ansonsten nicht. Und jetzt kann ich in Teams gehen und denen einfach eine Nachricht schreiben. Noch ein Beispiel, Nachschreibeklausuren. Katastrophe sonst? Das ist wirklich. Ja, das sind aber nicht immer alle und ich war damals auch nicht immer anwesend. Ich bin da auch nicht besser. Und 25 schreiben die Klausur und vier sind nicht anwesend. So, dann musste man vor Teams halt in den nächsten Tagen immer mal wieder in die Klasse rein. Dann ist XY schon wieder da, hat der ein Attest, wann kommt der wieder, Termin vereinbaren. Dann hieß es nach einer Woche, ich wusste gar nicht, dass wir dann und dann nachschreiben. Ach, wir hatten Termin vereinbart und Katastrophe. Sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Jetzt erstellt man einen Gruppenchat. Also man packt diese vier Schüler und Schülerinnen in den Chat. Am besten noch Klassenlehrer, Klassenlehrerinnen dabei. Wünscht ihnen erstmal gute Besserung. Und bittet dann darum, dass der Klassenlehrer das Attest vorgelegt wird. Und dass wir nächste Woche Montag um 14 Uhr nachschreiben können. Bittet jeden Schüler um eine Bestätigung. Und wenn dann jeder Schüler da einen Daumen hoch schickt, dann ist das für uns eine offizielle Vereinbarung. Und am Montag 14 Uhr wird nachgeschrieben. Falls der Schüler dann am Montag 14 Uhr nicht da ist, gilt auch nicht die Ausrede. Ich wusste das nicht, sondern wir haben es über das offizielle Kommunikationsmittel unserer Schule vereinbart. Und das waren jetzt so zwei Sachen aus Lehrersicht. Aus Schülersicht ist es schön. Kennt wahrscheinlich... Habt ihr diese Vereinbarung irgendwie festgehalten vorher? Ja, das Ganze ging bei uns durch die Schulkonferenz. Das ist so das oberste Gremium in einer Schule. Die hat direkt zugestimmt, dass wir Office 365 verwenden. Wir haben bestimmte Nutzungsbedingungen aufgestellt. Wir haben wegen dem Datenschutz sehr vorsichtig geschaut. Und jeder Schüler hat das am ersten Tag unterschrieben. Und deswegen dürfen wir unsere Schüler über Teams anschreiben und erreichen. Und das waren jetzt so zwei Beispiele aus Lehrerperspektive. Es ist für die Schüler auch eine Erleichterung. Wenn man mal an früher denkt, waren in den großen Pausen immer Schülerschlangen vorm Lehrerzimmer. Ist der Herr Müller da? Ist die Frau Meier da? Kann ich die irgendwie sprechen? Und diese Schlangen gibt es bei uns nicht mehr. Es kann jetzt jeder Schüler, jeden Lehrer über Teams anschreiben. Man braucht sich gegenseitig nicht mehr suchen. Man schreibt zwei Sätze per Teams, schickt das ab und weiß, okay, der Lehrer hat jetzt meine Nachricht bekommen. Und wir antworten normalerweise innerhalb von ein paar Stunden. Und das sehen die Schüler als Erleichterung an. Und wir merken dann auch bei den Schülern, die zum Beispiel Projekte bearbeiten, die über mehrere Wochen gehen. Oder wir haben noch ein Abschlussprojekt. Das geht über acht Monate. Dass sich diese Schüler selber ein Team anlegen, ohne dass wir denen das gesagt haben. Und das ist ja so ein Zeichen, dass sie die Software akzeptieren. Da gehen vier Schüler, erstellen ein Team und organisieren ihr ganzes Projekt über acht Monate über dieses Team. Läuft also super. Okay, krass. Und ihr seid dann Schule. Ich kenne das noch von der Berufsschule. Ihr seid per sie, vermute ich. Wie verhaltet ihr euch dann im Chat? Weil da könnte ich mir vorstellen, ist das ja relativ schwierig. Ja, wir unterteilen ein bisschen. Wir haben einige Bildungsgänge, da duzen wir die Schüler. Und wir haben aber auch ein Wirtschaftsgymnasium. Bei uns kann man ein Vollabitur machen mit den Leistungskursen BWL und Englisch. Und wir haben eine Wirtschaftsfachschule, die sind dann noch ein bisschen älter und haben schon eine Ausbildung hinter sich. Die beiden Bildungsgänge siezen wir, einfach um denen klarzumachen, das ist jetzt hier ernst. Ihr seid freiwillig hier und das ist nicht so, wie Schule früher war. Bei den anderen duzen wir uns. Und wir merken auch, es kommt auch häufiger von anderen Schulen die Frage so, wie geht ihr mit Chats um, die vielleicht Inhalte enthalten, die nicht in Ordnung sind. Wie passt ihr da auf und ähnliches. Wir merken bei uns, dass die Schüler schon unterscheiden zwischen der dienstlichen Software Office 365 und Teams. Das ist Schule. Und den privaten Quatsch, sage ich mal, das Foto, was schon in drei WhatsApp-Gruppen kam und der Witz, der schon in fünf Gruppen war, der bleibt auch in WhatsApp, weil natürlich unsere Schüler untereinander noch eine WhatsApp-Gruppe haben, ohne Lehrer. Aber wir könnten es denen auch verbieten, das bringt aber nichts, sie werden es sowieso machen. Also hat jede Klasse eine WhatsApp-Gruppe untereinander. Und da bleibt dieses ganze Private und irgendwelche schlüpfrigen Witze und Ähnliches, das bleibt in WhatsApp. Und Teams ist einfach die dienstliche schulische Software. Und genau da wollen wir unsere Schüler ja auch auf das Berufsleben vorbereiten. Und das Ding klar wird, stopp, ihr müsst das trennen zwischen der WhatsApp, wo mit Emojis gearbeitet wird, wo nicht auf Rechtschreibung geachtet wird, und den zwei Sätzen, die ihr an euren Lehrer schreibt oder an den Schulleiter, weil ihr irgendeine Nachfrage habt. Und das funktioniert sehr. Jetzt hast du ja schon zwei sehr gute Beispiele gebracht. Ich hätte übrigens nicht daran gedacht, so an die Schlange vorm Lehrerzimmer, dass das ein Plus ist, auch für den Schüler, ist ja auch für den Lehrer eine Entlastung. Der muss vielleicht auch nicht seine Pause unbedingt opfern. Ich glaube, die brauchen nämlich auch manchmal Pause, habe ich mir sagen lassen. Wie gestaltet sich denn so ein Online-Unterricht? Also für mich als Nicht-Schulmensch ohne Kinder, mich interessiert das, wie gestaltet ihr mit Teams so eine Online-Remote-Session dann? Ja, letztes Jahr im März war der erste Lockdown. Und wir hatten damals Teams schon drei Jahre im Einsatz. Jeder Schüler hatte einen Zugang, jeder Lehrer. Und wir waren allgemein mit der Technik, was Teams angeht, Kommunikation, Dateiablage vertraut. Und dann kam im März auf einmal Online-Unterricht mit Videokameras, mit Mikros, mit Headsets, mit Ton funktioniert nicht, mit Bild funktioniert nicht. Also wir haben das auch alles durch. Es war bei uns nur sehr viel einfacher, weil wir von heute auf morgen umschalten konnten. Jeder hatte einen Zugang. Jeder hatte irgendein Endgerät. Und selbst wenn es ein Handy ist. Und so konnten wir direkt Online-Unterricht durchführen. Wir haben viele Erfahrungen gemacht. Wir sind ganz oft gegen die Wand gelaufen, haben Fehler gemacht, so wie es sein soll. Und haben das aber nach ein paar Wochen alles am Laufen gehabt, auch sehr rund. Und man kann sich das praktisch so vorstellen, auch im Moment sind bis auf die Abschlussklassen alle Schüler zu Hause, dass es laut Stundenplan zum Beispiel viertelfach losgeht. Nämlich mal BWL bei meiner Person. Dann wissen die Schüler, okay, 7.45 Uhr BWL beim Schmidt. Da brauche ich keine Termineinladung, keinen Kalendereintrag, weil die nutzen den Outlook-Kalender normalerweise nicht. Sondern die öffnen Teams und gehen einfach in das Team BWL Schmidt, weil sie da ja Unterricht haben. Um 9.30 Uhr zur dritten Stunde würden sie in Englisch Gräwe gehen, weil sie dann bei Herrn Gräwe Englisch haben. Also die Schüler öffnen das Team, was sie laut Stundenplan haben. Dann starte ich um viertelfach eine Besprechung. Die Schüler sehen in dem Team einen Teilnehmen-Button, klicken da drauf und dann sehen wir uns alle. Und wir machen es auch so, dass wir am Anfang alle Kameras einschalten lassen. Ich habe meine sowieso immer an, schon aus Höflichkeit. Aber auch die Schüler schalten viertelfach alle Kameras an. Wir haben ein zusätzliches elektronisches Klassenbuch. Ich nehme die Anwesenheit auf und anschließend können die Schüler dann teilweise die Kamera ausschalten, wenn die Internetverbindung nicht so gut ist. Oder wenn nebenan die Geschwister auch Homeschooling haben oder die Eltern Homeoffice haben. Das ist kein Problem. Das Mikro ist ja weiterhin da. Dann klärt man erstmal den Ablauf der Doppelstunde ab. Dann gibt es eine Situation oder eine Aufgabe. Und die bearbeiten die Schüler bei uns im OneNote Kursnotizbuch. Kann ich hinterher nochmal vorstellen. Und jetzt sage ich mal, die arbeiten 20 Minuten an der Aufgabe. Und anschließend wollen wir uns ja das Ergebnis anschauen. Dann lasse ich immer ein Schüler sein Ergebnis präsentieren. Also die Schüler teilen ihren Bildschirm, so wie ich das um viertelfach als Lehrer gemacht habe. Teilt um Viertel nach acht, halb neun der Schüler seinen Bildschirm, zeigt seine Lösung in OneNote oder in Excel und stellt die den anderen vor. Das heißt, die Schüler lernen auch gerade aktiv, wie teile ich ein Bildschirm, wie teile ich nur ein Programm, wie kommentiere ich das, was ich da gerade zeige. Also das ist eine aktive Vorbereitung auf das Berufsleben, wie es sich ja gerade für uns abzeichnet, weil da wird ja sehr viel später passieren. Dann besprechen wir das. Dann gibt es vielleicht von mir einen kurzen Vortrag. Es gibt weitere Aufgaben. Es gibt auch einfach mal eine Einzelaufgabe, wo die Schüler alles ausmachen können. Dann vereinbare ich mit Ihnen, stellen Sie bitte Ihren Timer am Handy auf 45 Minuten. Und dann haben die einfach mal 45 Minuten Ruhe. Wir beenden sogar die Besprechung und Sie können in Ruhe Ihre Aufgabe bearbeiten. Wenn es dann Fragen gibt, können Sie mir einfach per Chat schreiben. Und es gibt ja auch die Breakout-Rooms, können wir gleich auch nochmal ansprechen, wo Sie sich dann gegenseitig helfen. Dann sind wir nach einer halben Stunde durch. Und wir haben so eine Mischung zwischen, wir haben uns online gesehen, wir haben uns gehört. Es hat auch mal jeder für sich gearbeitet oder es gab auch eine Arbeit in Zweier-, Dreier-, Vierer-Teams. Das ist alles möglich. Wie, du hattest gerade gesagt, elektronisches Klassenbuch. Wie habt ihr das gelöst? Ist das eine extra Software oder ist das auch eine Microsoft-Funktionalität? Okay. Ist eine extra Software, wollten wir datenschutztechnisch auch so haben. Weil jetzt können wir sagen, dass die ganzen formellen Aspekte, die mit der Schulverwaltung haben, müssten in einer Schule sehr streng vom pädagogischen Netz getrennt sein. Also es darf praktisch gesehen kein Netzwerkkabel zwischen dem pädagogischen Server und dem Verwaltungsserver geben. Offiziell. Und das gibt es bei uns auch nicht. Das heißt, wir haben die Anwesenheit, wer kommt zu spät, wer war gar nicht da, liegt ein Attest vor, ja oder nein, ist im elektronischen Klassenbuch und damit außerhalb der Office 365-Welt. Und in Office 365 ist unser gesamter Unterricht und Unterrichtsorganisation drin. Okay. Thema Datenschutz können wir gleich nochmal reingucken. Jetzt interessiert mich auch vorher. Ja, für wen nicht. Das Kursnotizbuch. Das ist eine Funktionalität, die die Menschen, die keinen Zugang zu einem Schulteams-Client oder Tenant haben, etwas fremd ist. Was versteckt sich genau dahinter? Ja, machen wir das mal praktisch. Und stellt euch mal eine Klasse vor mit 20 Schülern. Da vorne steht ein Lehrer. Kann natürlich auch eine Lehrerin sein, Entschuldigung. Mir geht dann die männliche Form einfach leichter von den Lippen. Und der Schüler hat normalerweise vor sich einen College-Block. Und wenn man Glück hat, schon einen Leitsordner mit Registern. Also dann heftet er schon ab. Das ist aber nicht selbstverständlich. Also wir haben so eine Mischung zwischen College-Blocks, die auf den Tischen der Schülern liegen. Wir haben einen Leitsordner, die da liegen, vielleicht auch mal Bücher. Und vorne steht ein Lehrer. Der hat normalerweise einen vollen Leitsordner oder Auto-Office-Ordner, wo er seine Arbeitsblätter drin hat, Musterlösungen, alte Klausuren und Ähnliches. Und jetzt sind wir aber online unterwegs. Jeder Schüler sitzt zu Hause. Und der Lehrer ist auch zu Hause oder in der Schule. Und wir müssen ja irgendwie jetzt gemeinsam arbeiten. Und diese Situation können wir komplett in dem Kursnotizbuch abbilden. Jeder Schüler hat seinen eigenen Bereich in dem Kursnotizbuch, den nur er sieht und der Lehrer. Das heißt, bei 20 Schülern sehe ich im Kursnotizbuch 20 einzelne Bereiche. Felix Mayer, Susi Schmidt, Tanja Biermann. Und ich kann bei jedem Schüler reinschauen. Zusätzlich gibt es einen Bereich Platz für Zusammenarbeit. Da darf jeder Schüler eine Seite erstellen, an einer Seite arbeiten, Ergebnisse der anderen Schüler kommentieren, gemeinsam erstellen. Es gibt eine Inhaltsbibliothek. Das sind quasi die Kopiervorlagen des Lehrers, das Skript. Da darf ein Schüler sich das rauskopieren. Und es gibt einen Bereich nur für Lehrer, wo ich meine Musterlösung drin habe. Und deswegen, egal ob der Schüler sonst einen College-Block vor sich hatte oder einen ordentlich strukturierten Ordner oder ein Buch oder ein Laptop oder ein iPad, spielt keine Rolle. Wir können das da alles abbilden. Und wir haben jetzt auch gerade Schüler, die haben teilweise kein Endgerät zu Hause. Die können dann die Aufgabe auf dem College-Block lösen. Fotografieren aber ihre Antwort in OneNote, weil 99,9 Prozent unserer Schüler haben ein Handy. Fotografieren diese Antwort und damit ist die InOneNote in diesem Schülerabschnitt. Und ich als Lehrer kann da reinschauen. Oder wenn der Schüler dann sein Ergebnis präsentieren möchte, kann ich ja einfach als Lehrer meinen Bildschirm teilen. Gehe bei Felix Mayer in den Abschnitt und zeige, was Felix Mayer auf seinem College-Block geschrieben hat. Felix schaltet sein Mikro an und kann allen erklären, was er da gemacht hat. Und wenn das alles passt und gut ist und die anderen sagen, ja wunderbar, dann bitten wir den Schüler immer, kopiere das doch bitte in den Platz der Zusammenarbeit. Da hat jeder Schüler Schreibrechte. Und dann haben wir automatisch die Musterlösung von Aufgabe 42 durch Felix. Und so haben wir dann nach und nach alle Musterlösungen. Dann können die Schüler auch zu Hause besser lernen. Und jeder Schüler hat aktiv etwas im Unterricht beigetragen. Spannende Konstellation. Also wenn euch das mehr interessiert, wir verlinken auch nochmal einen kurzen Videoclip dazu, den uns Henning zur Verfügung gestellt hat. Ist von dir, oder? Mhm. Ich sage es, ist von mir. Ist von dir. Der Link kam von dir. Video auch. Alles gut. Wir verlinken euch das nochmal auf den Shownotes. Die findet ihr unter www.nuboworkers.com und dann unter der Rubrik Nubu Radio. Wir haben es gerade schon angeschnitten. Datenschutz. Also ein spannendes, weitreichendes Thema. Du hast es auch schon ein bisschen erläutert mit der Trennung in den pädagogischen Bereich und praktisch in den formellen Bereich. Auf was musst du dir, hattet ihr große Hürden am Anfang, um Teams einzuführen? Also die Hürden kommen nicht von innerhalb der Schule und ich habe mittlerweile 70, 80 Berufskollegs kennengelernt in den letzten Jahren, weil ich auch da ein kollegiales Austauschteam aufgebaut habe und auch Fortbildung gebe. Die Herausforderung ist nicht im Kollegium und nicht bei den Schülern. Die Herausforderungen kommen von außerhalb des Systems, von Politikern, Aufsichtsbehörden und Eltern. Und wir haben bei uns den Vorteil, dass wir fast nur volljährige Schüler haben, weil wir ein Berufskolleg sind. Das sähe also bei einer Grundschule bestimmt anders aus. Das muss man ganz klar sagen. Und wir haben es bei uns so gemacht, dass wir unseren Schülern das erklärt haben, dass zum Beispiel der Vorname, Nachname und die Klassenbezeichnung auf Microsoft-Servern gespeichert werden. Das ist den Schülern klar, weil so lautet der Benutzernahme. Haben die Vorteile des Systems erklärt und die Schüler finden das einfach toll. Die wollen, dass wir dieses System nutzen. Wir präsentieren das ganz offensiv auf Infotagen, Tag der offenen Tür. Die Eltern möchten das auch, weil sie dann bestätigen, dass in Unternehmen so gearbeitet wird. Was für eine Schule wichtig ist, ist, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter ganz klar dahinter steht. Und der Schulleiter muss die Verantwortung übernehmen. Vorsichtig ausgedrückt, keine Behörde oberhalb einer Schule. Und da gibt es leider mehrere Ebenen, bis man irgendwann mal in einer Landeshauptstadt ist, wird irgendeine Verantwortung für irgendetwas übernehmen, außer irgendetwas zu verbieten. Und deswegen muss der Schulleiter für sich entscheiden, ja, wir setzen dieses System ein, weil das sehr sinnvoll ist, das System. Ich übernehme die Haftung für die Lehrer und für die Schüler. Ich lege fest, dass es DSGVO-konform eingesetzt wird und damit kann es in einer Schule ein Erfolg werden und wird dann auch ein Erfolg. Wenn man eine zögerliche Schulleitung hat oder sich die Schulleitung nicht sicher ist und das nicht offensiv vertritt, wird es normalerweise nicht klappen, weil die Einführung eines solchen System bedeutet immer eine Veränderung. Und man kann das so ungefähr sagen, ein Drittel des Kollegiums freut sich auf diese Veränderung, ein Drittel wartet ab und ein Drittel denkt sich, Mensch, hat doch früher auch geklappt. Dass wir aber nicht mehr mit Fahrrädern oder Pferden zur Schule kommen, haben die noch nicht immer so richtig mitgekriegt, vorsichtig gesagt. Es ist halt eine Veränderung. Es macht auch erstmal Angst. Und dann ist es relativ einfach zu sagen, wie sieht das denn mit dem Datenschutz auf? Und schon geht man weg von einer sachlichen Diskussion. Wo ist der Vorteil für Schüler? Wie bereiten wir auf die Zukunft vor? Aber hin zu einer emotionalen Diskussion und da muss der Schulleiter ganz schnell sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich übernehme die Verantwortung. Wir setzen das ein und dann wird es funktionieren. Ja, spannend, mal die Schulbrille dazu zu sehen oder zu hören. Ich meine, wir führen ja nicht viel andere Diskussionen innerhalb von Unternehmen. Ich glaube, bei euch ist nur die Hürde stellenweise einfach noch ein Happen mehr, weil Ministerien und Co. Genau. Ja, Henning, wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir schon relativ nah am Ende unserer Zeit. Und da du ja treuer Hörer bist, weißt du, dass dich vorher noch unsere fünf Abschlussstatements erwarten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe Glück gehabt in der letzten Folge. Das war auch ein Interview oder in der vorletzten. Und da hatte ich die Mail schon geschrieben und ich dachte, oh Mist, das kommt auch auf dich zu. Und habe dann quasi im Auto direkt eine Erinnerung diktiert, dass ich mich darauf vorbereiten muss. Aber ich merke, ich würde sie jetzt auch spontan hinkriegen. Also keine Angst, es kommen jetzt keine vorher formulierten Sätze. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich. Ortsunabhängig auf alles zugreifen können. Egal, ob ich in der Schule, zu Hause oder unterwegs bin. Zukünftig dann Unterricht von Mauritius. Warum nicht? So möchtest du in Zukunft arbeiten? Weiterhin auf jeden Fall mit Menschen. Egal, ob offline oder online. Gerne auch mal wieder mehr direkten Kontakt zu den Schülern, ohne dass wir diese Produktivitätsvorteile durch die Kollaboration verlieren. Die möchte ich weiterhin nutzen. Sehr schön. Und du weißt ja meine Lieblingsfrage. Welche App hast du heruntergeladen und warum? Das war zum Glück nicht für mich. Wir haben nebenan im Wohnzimmer sechs Quadratmeter Lego-Baulandschaft von unserem zehnjährigen Sohn, der da unheimlich viel Zeit mit verbringt. Und es war eine Stop-Motion-App. Wir haben jetzt gerade Osterferien und im Moment darf Papa mit auf den Boden knien und einen Star Wars Lego Stop-Motion-Film drehen. Das habe ich persönlich noch nie gemacht. Aber mal gucken. Vielleicht nicht nur Neffen, Jekwan. Es ist sehr tricky. Man darf das Bein einer Lego-Figur etwas bewegen. Dann macht der Sohn ein Foto und dann darf man das Bein wieder woanders hin bewegen. Es ist sehr zeitintensiv. Genau, es ist sehr zeitintensiv, aber es ist unheimlich gut zur Entspannung, weil es hat keine Tastatur, kein Internet, kein Handy. Man hat einfach nur eine Lego-Figur in der Hand und es entspannt ungemein. Das muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Das möchtest du dem Hörer mitgeben? Wir müssen und auch ganz klare Ausrufezeichen in Zukunft unsere Materialien besser tauschen. Das ist im Schulsystem eine Katastrophe. Es gibt sehr gute Verlage auf jeden Fall, aber die leben halt auch davon, dass sie ein Copyright auf Inhalten haben, sonst könnten sie die gar nicht erstellen. Es gibt aber auch Hunderttausende von Lehrern. Und wenn jeder Lehrer jedes Jahr eine gute Aufgabe in einen Topf werfen würde, wo sie dann unter freien Lizenzen drin wäre und jeder könnte sich bedienen, würde es uns die Digitalisierung leichter machen. Ich habe für mich, ich meine, vor zwölf Jahren habe ich das erste Buch geschrieben, Word und Excel für Gastronomen und habe da mitbekommen, was es für eine Erleichterung sein kann, wenn man das Buch auch direkt als PDF einfach frei zur Verfügung stellt. Da habe ich vor drei Jahren aus diesem Grund eine Plattform gegründet, cloudteaching.de und dort stelle ich zum Beispiel meine ganzen Office 365 Anleitungen für andere Schulen zur Verfügung. Also die Schulen kriegen das Word-Dokument, 40 Seiten Online-Unterricht mit Teams, können ihr eigenes Logo da reinpacken, ihre eigene Kopf- und Fußzeile, schreiben einfach auf der letzten Seite, basiert auf, wie Hoga Dortmund, Cloud Teaching, Henning Schmidt und brauchen sich diese ganze Arbeit nicht machen. Und das ist jetzt nur in Anführungsstrichen, das sind es ungefähr 500 Seiten Anleitung. Und der nächste Schritt ist in meinen Augen, dass wir mit Unterrichtsmaterialien anfangen. Ich habe jetzt meine Materialien für Wirtschaftsinformatik zum Beispiel unter freier Lizenz. Da baue ich gerade ein kollegiales Austauschteam auf. Also auch da, wer Bock hat, schreibt mir einfach eine Mail, gerne. Das wäre die Frage noch gewesen, wo erreicht man dich denn? Cloudteaching.de hatten wir gerade schon. Genau. Und wir können in den Shownotes gerne meine E-Mail-Adresse reinpacken und keine Scheu haben. Also einfach schreiben. Ich versuche auch relativ zügig zu antworten, aber die Schüler gehen immer vor. Und wenn wir es schaffen, unsere Materialien unter diesen Lizenzen einfach untereinander zu tauschen, fällt es uns leichter, unseren Unterricht zeitgemäß zu gestalten. Weil das sind so super Chancen, die wir gerade haben, nicht nur durch die Technik, sondern durch diesen neuen Denkansatz von Kollaboration, dass das einfach eine Chance ist, Sachen zu ändern. Und da möchte ich schwerpunktmäßig die nächsten Jahre viel investieren. Sehr schön. Dein Lieblingszitat, Henning? Zwei. Also, ja, drei eigentlich. Hier am Bildschirm klebt, jammern ist blöd, tu was oder vergiss die Sache. So, ne, aus Quengeln bringt nichts, sondern mach einfach was dagegen oder lass es. Dann steht hier noch, eat the big ugly frog, damit ich den nicht immer den ganzen Tag vor mir her schiebe. Aber eigentlich so im Moment, in dieser Zeit oder seit einem Jahr, finde ich einen Spruch super. Wir müssen ja sowieso denken, warum nicht gleich positiv? Das ist frei nach Albert Einstein und ich finde, da steckt viel drin. Ja, finde ich auch. Das ist sehr, also mit deinen drei Zitaten kann man sich durchaus den Tag gestalten. Ja. Henning, vielen, vielen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast, uns geschrieben hast, dass du zu Gast warst, dass du dich so einsetzt, dass du deine Materialien zur Verfügung stellst. Danke für dein Schaffen und dein Tun. Ja, an euch auch nochmal ein super großes Dankeschön. Ich höre euch seit anderthalb, zwei Jahren im Auto auf dem Weg nach Dortmund. Und habe schon ganz viel mitgenommen, wenn ihr die einzelnen Bestandteile von Office vorstellt oder wenn ihr ein Interview geführt habt mit anderen Personen, wo andere, hey, die Arbeitsweise da kannst du was für übernehmen für die Schule. Und freue mich einfach da jetzt auch etwas zurückzugeben. Freue mich auf einen kollegialen Austausch, wenn sich das für euch sinnig angehört hat. Wenn ihr da Hilfestellung braucht, schreibt mir einfach. Gemeinsam schaffen wir es, einen zeitgemäßen Unterricht zu gestalten. Fünf Euro ins Phasenschwein. Vielen Dank. Und da bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem. Auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.